Jo Leute was geht, willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2, heute mit einem ganz ganz wichtigen Video, ich glaube dem für Early Game und Neue Spieler wichtigste Video, weil ich habe heute endlich, ja was heißt endlich, ist heute der erste Tag, aber direkt mal das Haus freigeschaltet und das war wirklich kniffliger und schwieriger als ich es mir gewünscht hätte. Der ein oder andere der jetzt schon Dragon's Dogma drin ist, ich versuche so wenig zu spoilern wie möglich, weil das Game noch ganz ganz frisch ist, aber ihr kennt das, wenn ihr Schaden erleidet, dann verliert ihr ein bisschen normales Leben und auch schweren Schaden, dass eure Leiste nicht mehr komplett aufgefüllt wird, hier unten seht ihr die Leiste und wenn ihr nicht mehr komplett voll geht, dann müsst ihr einmal irgendwo schlafen. Das heißt in der Taverne schlafen, das kostet in der Hauptstadt 2000 in verschiedenen Lagern 1500 oder 1000 Gold und ist auf Dauer wirklich sehr sehr teuer und gerade ich war relativ gefrustet davon, gerade auch als ich das erste Mal gesehen habe, als ich hier in der Hauptstadt angekommen bin, dass das ganze 2000 kosten soll. Ich zeige euch gerade mal die Taverne, damit ich hier auch kein Mist erzähle. Hier oben ist ja die Taverne und in der Regel könnt ihr hier dann schlafen, um diesen Schaden, diesen schweren Schaden zu heilen. Das ist auch die einzige Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, mit einem Lagerset irgendwo ein Lager aufzuschlagen an einem Feuer. Das Feuer findet ihr überall in der Umgebung. Ich kann es hier vielleicht gerade mal zeigen, wie so ein Feuer aussieht. Das sind diese Lagerfeuer. Dort könntet ihr auch ein Lager aufschlagen, aber auch die Materialien, um ein Lager aufzuschlagen, kostet 1000 Gold. Und hier der Tavernenbesitzer, der kostet halt einfach 2000 Gold. Und ich glaube, wir sind uns einig, das ist einfach viel zu teuer. Das Gute ist, im Game gibt es eine Möglichkeit, sich ein eigenes Haus zu kaufen. Dieses Haus, da stand ich gerade vor, bin ich wieder weggerannt, findet ihr hier vorne und kostet 20.000 Gold. Für die ganzen neuen Spieler, keine Sorge, schlagt er sich die Hände über den Kopf. 20.000 Gold kriegt man wirklich richtig, richtig, richtig flott. Ich habe mittlerweile 62.000 und ich habe wirklich nicht darauf angelegt, viel Gold zu bekommen. Also Gold ist wirklich nicht das Thema. Das Thema ist überhaupt, die Questline zu bekommen, um dieses Häuschen hier kaufen zu können. Oh, was ist das? Aha. Oh, einen Reisestein bekommen. Cool. Das hier ist unser Haus. Hier kann man nämlich jetzt umsonst schlafen. Hier ist ein Bett. Da kann man bis zum Morgen und zum Abend ruhen und ist wieder voll. Und hier gibt es natürlich auch eine Lagertruhe, wo wir Sachen einlagern können und rausnehmen können. Aber die Frage ist jetzt natürlich, ey, wie kriege ich die Questline, um dieses Haus zu bekommen? Ich kann euch einmal zeigen, wo es das Haus gibt. Das hier ist die Hauptstadt und genau hier ist das Haus in der oberen Etage. Macht euch da am besten einfach ein Bild von, damit ihr das einmal habt und dann checkt, wo das ist. Wenn ihr euch das erste Mal so ein bisschen in der Stadt auskennt, dann kriegt ihr das eigentlich gut hin. Falls ihr da unten immer lang laufen solltet, hier ist eine Leiter. Da kommt ihr immer auch nach oben. So, jetzt zu der Questline. Die Questline bekommt ihr von Mildred und Mildred steht, wenn ihr hier rausgeht, hier links. Ich kann auch gerade mal einen, ähm, einen Clip, einen Ausschnitt aus dem Stream heute einblenden. Wer ist eigentlich Mildred? Ja, und da seht ihr, Mildred steht genau hier. Aber die steht nicht immer hier. Die steht erst hier, wenn ihr ein, zwei, drei Voraussetzungen geschaffen habt. Das sind, zumindest vermuten wir, dass das die folgenden sind. Ihr müsst bei Grant, das ist der Hauptquestgeber aus der, ähm, Schenke, aus der Taverne hier. Wenn ihr hier in der Taverne mit dem, äh, Brand, Brand sprecht, gibt ihr euch drei Missionen. Einmal die Mission, äh, die Leute außerhalb der Lager, ähm, zu retten. Einmal den Magistrat zu befreien und einmal in das Adligenviertel einzubrechen und dort nach, ähm, einer Notiz zu suchen. Ich versuche so wenig zu spoilern wie möglich, deswegen alles so ein bisschen kryptisch. Die drei Missionen solltet ihr abschließen und ihr müsst ein paar Mal in der Stadt übernachtet haben. Ob das jetzt auf einer Parkbank reicht oder ob ihr dafür wirklich in der Taverne, in dem, in einem Hotel schlafen müsst. Das kann ich euch nicht sagen. Aber versucht ein paar Mal zu schlafen, macht diese drei Missionen und dann sollte irgendwann hier Mildred auftauchen. Bei mir hat das wirklich lang gedauert und deswegen, äh, für jeden, der auch das schon gemacht hat und immer noch nicht die Mildred hier hat. Leute, bei mir hat es auch jetzt fast zwölf Stunden gedauert, dass Mildred hier endlich aufgetaucht ist. Das kann einfach dauern. Guckt einfach immer mal wieder hier nach, genau vom Handelsviertel hier unten raus und dann rechts genau hier steht die. Macht euch wieder eine Markierung hin und schaut da einfach immer mal wieder vorbei, ob Mildred hier steht. Wenn Mildred dann hier steht, dann bittet die sich, äh, bittet die euch zu ihrem Haus und dann könnt ihr auf das Haus aufpassen. Dann habt ihr auch Zugang zu dem Haus und wenn ihr dann im Haus seid, dann müsst ihr einfach nur sieben Mal hier schlafen. Und wenn ihr sieben Mal geschlafen habt, dann könnt ihr wieder aus dem Haus rausgehen. Dann steht Mildred hier und bietet euch an, das Haus für 20.000 Gold zu kaufen. Äh, ich weiß nicht wie es ist, wenn ihr keine 20.000 Gold gerade dabei habt. Deswegen macht das auf jeden Fall erst, wenn ihr wirklich 20.000 habt. Nicht, dass ihr dann die Quest irgendwie verkackt oder so. Ähm, das ist ganz wichtig. Ja, und dann ansonsten, äh, hoffe ich, dass das bei euch einfach gut klappt, weil bei mir alle hatten schon, also was jetzt alle, ein paar aus dem Stream hatten das Haus schon. Und ich war so der Einzige, der das Haus immer noch nicht hatte. Und war dann echt gefrustet und, äh, hab's dann jetzt aber zum Glück endlich bekommen. Falls das bei euch nicht klappen sollte und ihr Fragen habt, dann kommt gerne heute in den Stream. Ich werde die nächsten Tage komplett in Dragon's Dogma 2 sein. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Oder ansonsten auf den Discord schauen, dort im allgemeinen Channel einfach nachfragen. Gibt jetzt keinen expliziten Dragon's Dogma Channel, einfach im allgemeinen Fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und dann noch eine Frage an euch, führt die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wo es diese Klasse hier gibt, das hier ist nämlich eine ganz explizite Klasse, wo ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen will, dann schreibt doch mal unten in die Kommentare. Dann würde ich dazu ein Video machen, falls ihr dazu was sehen wollt. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein!